1. 6. 8. 11. 12. 15. 15. 16. 16. 16. 13. 15. 15. 16. 17. 19. 20. 18. 16. 21. 21. 22. 24. 22. 22. 22. Wir kommen alle zusammen an. Komm mal, wir kommen, wir kommen, wir kommen zusammen. Ja, wir kommen zusammen. Ich komme, wir kommen zusammen. Wollt ihr euch was eng zusammenkommen? Du zahlst mir das zusammen. Ich komme hier auch zusammen. Und? Wie lange kommt ihr? Seid ihr bereit. Ihr wisst, was es sei, ihr habt euch beschäftigt. Seid ihr betreut. Nicht betrunken worden, kein Geld betrunken. Okay. Erscherbuss. Ende. Intelli. Genau. Genau. Erst. Ja. Ja. Das ist das, was sie spüren. Und deswegen könnt ihr jetzt bei euren neuen Geschwister hier beglückwünschen, Hamdala. Und ich beglückwünschen als erstes. Ihr fließt Tränen, Hamdala. Und wie gesagt, falls es irgendwelche Probleme gibt, bitte werdet euch bei uns. Es ist natürlich für mich die Träne, sich um die zu kümmern. Gerade auch meine Schwester macht es sehr schwer für mich. Ich würde euch gerne weiterhelfen. Weil es für irgendwas gibt, wo ihr euch zu bekommen habt. Und ich gerne euch fragen stellen, was geht. Damit ihr das Telefon auch verweichert. Ich kann euch allen sagen. Ich kann euch allen sagen.